Hi, Jason hier, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners und wir haben heute vor uns der zweite Canaria, den ich hier probieren darf, Locked 40 Rye Whisky. Also gerade eben diese Aufkleber darüber und darunter sind noch mehrere Sachen da aufgeführt, finde ich absolut cool gelungen. Small Batches, steht es denn da? Crafted in small batches. Lot 40 is Rye Whisky in its simplest form. Also, zuerst, was heißt Lot? Lot heißt eigentlich in diesem Fall Plot und Plot heißt in diesem Fall auf Deutsch Parzelle. Wenn man jetzt hier zum Katasteramt geht, dann gibt es auch einen Plan und jeder Plan hat so eine ganz bestimmte Parzelle. Und Parzelle 40, damals in Kanada, hat denn dort der Vorvorgänger von dem Master Distiller Mike Booth damals beschlossen, er wollte seine Vorfahren ehren, die damals den ersten Still, den ersten Distillerie dort aufgestellt haben, auch übrigens ohne Genehmigung damals. Wilden, wilden Kanada. Und, ähm, das war auf diesem Parzelle 40. So, nun, Lot 40. Wenn man nun, ähm, bei Whisky.de schaut und man hört, wie Horst darüber spricht, wie er damals in den 90 Jahren Lot 40 probiert hatte und leider war die Verkaufszahlen so schlecht, dass es wegging, wird man ein bisschen traurig. Denn, ähm, man muss wirklich sagen, dass damals in den späten und mittelnden 1990er hat, ähm, Hiram Walker Distillery, also komme ich gleich nochmal dazu, wer Hiram Walker war, ach, ich schenke was ein, hat damals gesagt, wir wollen Premium Whisky auf den Markt bringen. Damals fing das gerade an, damit fing auch dann hier Jim Beam an mit ihren, ähm, Premium, Super Premium Whisky, da fing auch Plantons an, dann Single Barrel und so weiter. Und die haben wirklich erkannt, auch rechtzeitig erkannt, da gibt es einen Markt weltweit hierfür. Wir mussten erstklassige Whisky denn dort produzieren zu einem guten Preis. Und dieses, sie haben eine Canadian Whisky, Whisky Guild, so, ähm, so, eine Gilde, dann erstellt und da waren drei Whisky's drin. Ich hab' nicht aufgeschrieben, doch, hier hab' ich ja. Gooder Horn, oder Gooder Ham, ich kann meine eigene Schrift nicht lesen. Und Lot 40, ähm, Lot 40 war halt eben dieses, das war damals mit, ähm, der Pipe Creek war damals mit Port-Geschmack sehr, sehr gut. Lot 40 war ein Roggen Whisky sehr, sehr gut und Gooder Ham hab' ich nicht herausgefunden, was es war. Leider haben sie eine Sache vergessen. Die haben vergessen, ein Super Premium Whisky muss Super Premium kosten. Die haben das Zeug für 30 Dollar damals ungefähr verkauft und alle haben gesagt, 30 Dollar kann nicht gut kosten. Hätte es 60 gekostet, sind die Experten sich sicher, wäre das ein Erfolg gewesen. Aber die haben Super Premium zu billig verkauft. Stell dir mal vor, du gehst hin und sagst, ich möchte gerne Mercedes kaufen. Ja, der Mercedes kostet den gleichen Preis wie ein Golf. Nö, das kann kein guter Mercedes sein. Versteht ihr? Und das ist das deren Problem gewesen. Die haben es nicht teuer genug, denn da, ähm, leider verkauft. Und deshalb gab es nicht genug Leute, die es gekauft haben. Und das ging dann, haben sie es eingestellt. Allerdings, die Jahre danach, war gerade eben Lot 40, dieses Whisky war ein Unicorn, ein Einhorn. Wenn man den endlich mal irgendwo gefunden hat, hat man gesagt, ah! Und immer wieder, auch den bis 10, 15 Jahren danach, gut 10 Jahre danach, denn es war in den 90er, bis die haben angefangen, das wieder 2012 auf den Markt zu bringen, war das immer wieder das Problem, dass die Leute denn das unsinnige Geld, denn diese letzten Flaschen aufgekauft haben, weil er war so gut. Und so, wie gut ist das? 2012 haben sie es endlich wieder auf den Markt gebracht in Amerika. Und dort hat dann der neuen Master Distiller, damals David Doyle, gemeinsam mit Dr. Don Livermore, dieses entwickelt, nicht entwickelt, die haben das gleiche Rezept genommen, was damals denn Mike Booth benutzt hatte. Und um sicher zu gehen, dass es wirklich genau so war, gingen sie hin zu Mike Booth, haben gesagt, probier mal. Also, der neue Master Distiller ging hin zu einem alten Master Distiller und hat gesagt, machen wir das richtig. 43 Prozent, 100 Prozent Roggen, 10 Prozent sind ungemalztes Roggen. Verkehrt. 90 Prozent sind ungemalzte Roggen, 10 Prozent gemalztes Roggen. 38 Euro kostet die Flasche, immerhin, ein bisschen mehr, und das ist Small Batch. Small Batch bedeutet, die haben ein Pot Still, in dem 12.000 Liter reingehen. Und immer wieder dieses Small Batch wird gemacht. Also, hier auf meiner Flasche steht nicht unbedingt, welche Batch das ist oder sonst irgendetwas. Eigentlich schade, hätte ja sein können, aber gut. Nun, eine letzte Sache. Hierum Walker Distillery gehört 100 Prozent zum... Ich muss es richtig hier lesen können. Ähm, Herr Do. Franzose. Korbi ist der Zwischending, zwischen... Herr Do. Hierum Walker Distillery, dort wo produziert wird. Und dort ist Korbi. Und Korbi hat jetzt hier, ähm, Lot 40, Pike Creek und so weiter produziert. In den Hirum Walker Distillery, und deshalb komme ich darauf, wird 48 Millionen Liter Alkohol, reinstes Alkohol, jedes Jahr produziert. Damit ist es der größte Produzent von Alkohol in ganz Nordamerika. Hä? So viele Flaschen produzieren sie hier nicht. 180.000 Liter Alkohol am Tag, 24 Stunden, 7 Tage die Woche wird dort produziert. 37 Fermenters. Fermentier-Becken gibt es denn da. Wahnsinn. Was ist denn das? Was wird da gemacht? Canadian Club. Canadian Club ist allerdings eine Marke von Centuri. Centuri lässt es herstellen, allerdings hier von, hier am Walker's Distillery, wo das auch hergestellt wird. Habt ihr alles jetzt hier verstanden? Ich weiß es nicht. Ich habe das 20 Minuten lang recherchiert, bis ich endlich halbwegs was verstanden habe. Lass uns hier hingehen. Wie alt, wissen wir nicht. Wir wissen nur, das steht denn da Virgin Oak. Rye ist sowieso so eine interessante Sache. Also Rye kann echt nach 2, 3, 4 Jahren absolut perfekt sein. Es ist nicht wie Gerste, was wirklich 7, 8, 9, 10 Jahre sein muss, bevor es dann schmeckt. Roggen darf vorher sein. Manche Leute haben gesagt, hey, das ist schon 6, 7 Jahre alt. Was ich jetzt las in letzter Zeit war auch natürlich, das war 6, 7 Jahre alt, 2012. Jetzt ist es eher mit 3 und 4 Jährigen gemischt und so weiter. Nase, ich sage nichts. Ich habe diese Flasche zur Hälfte schon gelernt. Die andere Hälfte haben die Jungs heute Abend, oder gestern dann da beim Whisky-Tasting gemacht. Lass uns sehen, was meine Nase sagt. Oh, das ist aber. Jetzt komme ich endlich zum Tasting. Das ist so viel Roggen auf einmal. Das ist unglaublich. 9 Minuten lang habe ich erzählt, ohne was geprobiert zu haben, falls du bis hierhin geschafft hast. Danke. Es gibt bestimmte Whisky-Sorten, wo ich einfach wirklich nur riechen könnte. Ich wäre damit zufrieden. Ab und zu nippen, aber wirklich nur daran riechen. Und irgendwie gehört Lott 40 dazu. Mann, ist das gut. Das ist so viel Roggen dabei. So würzig, so kräftig, so lecker. Ich kann das sonst nicht hier gut beschreiben. Es ist Kräutern. Es ist Roggen. Und es hat nichts davon, dass es irgendwie eine stark Alkohol-Azeton-Klebstoffnote hat. Es ist nichts davon, wenn ich meine Rye-Whiskies, wer mich kennt, weiß, ich habe viele schon probiert, dass ich diesen WC-Stein, dieses Zitrusfrüchte dabei habe. Nichts davon. Einfach nur perfekt gemacht. Ich möchte gerne probieren. Wow, ist der gut. Sowas von roggenwürzig. 43 Prozent, dachte ich. Schmeckt mal ein kleines bisschen. Ich habe irgendwie momentan ein gewisses Roggenhunger. Keine Ahnung. Ich mache das. Es ist intensiv. Es ist nicht süß wie Bourbon. Es ist würzig. Es ist kräftig. Der Abgang ist enorm lang. Es ist ölig. Es ist gut. Es ist sogar sehr gut. Ich glaube, ich neige dazu. Mir fällt momentan ein, gar kein Rye-Whiskey, was besser mir geschmeckt hat. Der Masterson war gut. Der Bippen-Tucker war okay. Alles andere, was ich hier mal probiert habe. Von Rye's. Der Whistlepig hat mich enttäuscht. Der Jim Beam war okay. Für Billigzeug. Aber immer zu wässrig. Der Knob Creek Rye. Das ist eindeutig ein Versuch. Ein Vergleichwert. Wobei, Knob Creek kommt in 50 Prozent da an. Ich überlege echt, womit ich sonst irgendwie. Rittenhouse wird auch nicht rankommen. Obwohl Rittenhouse mein Billig-Rye ist, wo ich sagen kann, das ist gut. Also, Schulnote 1 gut. Nicht 1 plus, aber 1 schon. 38 Euro. Das heißt, es kann sogar mithalten hier mit Knob Creek. 43 verglichen mit 50 Prozent. Ungefähr die gleiche Preiskategorie. Ich glaube, Knob Creek muss ich nochmal 5 Euro oben drauflegen. Wow, ist der gut. Preis-Leistungs-Eins-Minus. So, davon bin ich heute begeistert. Wie das schmeckt. Wie sich das anfühlt. Wie es riecht. Wie es ist. Lot 40 is created in small batches using rye grain in a single copper pot still and aged in virgin oak barrels. Also, gerade eben diese neue Fässer sind ganz wichtig hier. Wie ich sagte, wir haben den Dr. Don Livermore. Wir haben den David Doyle heute und wir haben den Mike Booth von damals, der immer noch gesagt hat, gutes Zeug. So stelle ich mir vor, wie sie es damals vor 150 Jahren getrunken haben. Dieses rye whiskey. Das ist absolut gutes Zeug. Nase, Nase ist einfach himmlisch. Würzig, dennoch smooth. Ach, ich kann nur davon schwärmen. Lieber Leute, kauf euch Lot 40. 38 Euro. Ihr werdet es nicht bereuen. Wenn du irgendetwas schon mal gehabt hast mit Roggen, es hat euch halbwegs geschmeckt, das wird euch noch besser schmecken. Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Jason hier. Das war meine Meinung. Ich finde das Zeug genial, falls du es noch nicht gemerkt hast. Dieser Video ist länger geworden als sonst, weil ich einfach vieles dazu erklärt habe, weil ich so von davon begeistert bin, dass ich es verstehen möchte. Und ich möchte einfach mal sagen. Tschüss und bis demnächst. Tschüss. Tschüss und bis demnächst. Tschüss und bis demnächst. Untertitelung des ZDF, 2020